Der Retter für Krauses Haar ist endlich da. Mit diesem äußerst praktischen kabellosen Haarglätter können Sie Ihr Haar in nur 5 Sekunden glatt und glänzend machen. Er kann sowohl zum Glätten als auch zum Locken verwendet werden und hilft Ihnen, verschiedene Frisuren zu kreieren. Selbst Anfänger können es mühelos bedienen, schnell stylen und dabei das Haar nicht schädigen. Das Besondere ist, dass es kabellos und klein genug ist, um in Ihre Tasche zu passen und jederzeit und überall verwendet werden kann. Sie müssen sich nie wieder Sorgen machen, zu spät aufzustehen und keine Zeit zum Stylen zu haben. Und es ist auch sehr praktisch zum Mitnehmen auf Reisen. Bestellen Sie nur heute und genießen Sie einen 50% Rabatt. Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht. Verceptionist 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 Verlaubst du